Oh, ich muss erstmal wieder kämpfen lernen hier. Ach, Leute, die machen uns eh null Schaden, ja. Von daher passt das schön. Links oder rechts? Komm, wir gehen erstmal links, weil rechts waren ganz viele Monster gewesen. Kann man hier irgendwas mitnehmen? Warum ist das gerade so dunkel? Oh, sehe ich das irgendwie als dunkler an, als es sonst immer war? Ja, hier, guck mal, hier haben wir Gegner. Ist der die Sinne überhaupt, dass wir hier irgendwie, dass sie null Schaden machen? Man weiß es nicht. Oh, da haben wir was fallen gelassen. Nehmen wir natürlich mit. Alles. So, was haben wir hier? Hier haben wir was. Da haben wir was. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Da haben wir was. Aber ich weiß es gar nicht mehr. Was ist das? Es sollte hier irgendwo der Baum sein, den wir anquatschen sollen, um die Mission irgendwie zu beenden. Also nicht jetzt hier, aber in den Lagern. Mysteriös. So, gucken wir mal hier drüben, was da noch um die ist. Da waren ja auch einige Gegner. Ach. Upsala. Guck mal, hab ich extra für euch sogar noch die falsche Tasse gedrückt hier. Und dafür geht es euch an die Kragen. Man hört wahrscheinlich meine Maus übelst klicken. Sauber kein Problem sein. Nimm mal mit. Klar, nimm mal mit. Noch irgendwas hier? Eine Truhe. Ich hab eine Truhe. Unser Schlösserknacken reicht ja nicht aus. War das jetzt hier gewesen? Hier oben geht es weiter. Zu uns Besonderes. Ne, ist das ein Scherz, oder? Dass es jetzt wirklich nur das hier gewesen ist? Ich meine, Diamanten haben wir genug. Verkaufen eh alles immer. Ne, oder? Das war es jetzt wirklich gewesen in dieser Höhle. Da war noch was. War aber nichts drin. Ist ja schon leicht ein bisschen uncool. Was müssen wir dann sonst noch machen? Also bevor ich wieder rausgehe, muss ich wieder speichern. Das ist klar. Das wisst ihr ja. So. So. Raus geht's. Und das war's. So, wieder zurück. Ja, was müssen wir jetzt überhaupt machen? Wir haben jetzt mal da drinnen mal die Höhle aufgeräumt. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. War ja einiges drinnen gewesen, aber ähm... Müssen wir vielleicht mal auf das Schiff oder sowas gehen? Ah, da war ja nichts. Was ist das hier? Verlöscher. Man kann ja auch nicht tauchen. Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Ja, und da gibt's natürlich schon das Problem, dass ich mich in den armenischen Drachen verwandeln kann. Wir haben irgendwas vergessen. Ich kann ja nochmal alles nachgucken. Oder vielleicht irgendwie ein unauffälliger oder ein auffälliger, Quatsch, unauffälliger, ein auffälliger Bauen, den wir ansprechen müssen. Der hier? Können wir das meinen? Nee, können wir nicht. Ich muss zu Fuß weiter. Oder der hier? Was ist hier wirklich ein auffälliger Baum? Ich sehe nicht mal durch. So, wir können jetzt mal hier probieren, wo wir hier rankommen. Hallo? Gehst du mal da hoch? Wie gesagt, meine altbekannte Sache. Speicher. Achso, wir sind schon Level 30. Daher können uns die Fischer auch nichts mehr. So. Nee, da können wir uns noch wieder irgendwie überall hin teleportieren. Wir haben hier irgendwas vergessen. Das muss dann aber auf der anderen Seite sein. Irgendwo hier. Sieht hier irgendwas irgendwie auffällig aus? Vielleicht doch der Wasserfall. Ich bin jetzt mal ganz doof. Nee. Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Oder geht das noch weiter? Hier oben haben wir vielleicht hier oben was noch vergessen. Dass wir hier irgendwas übersehen haben. Das sind ja so Artwege. Aber... Aber... Pfff. Was? Hab... Vielleicht... Am Lande? Ja, hier ist ein End, ne? Kann man auch schön... Treten, gell? Hat jetzt niemand gesehen, gell? Niemand gesehen. Also, die lebt noch, gell? Da ist sie. Die da gerade verschwunden ist, das war nur Sand. Die lebt noch, die Ende. Also... Ich bin kein Team-Mörder. Ja, aber trotzdem... Vielleicht irgendwie hier am Sande... Weil wir haben ja alles zerstört. Oder schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich irgendwas übersehen habe. Was hat es da mit auf sich? Hallo, Schiff? Überhaupt rein gar nichts. Nicht mal, ob welche Tiere gibt es hier oder irgendwelche Monster oder sowas. Ja, komm, du verwandest dich jetzt mal an Drachen. Wir müssen jetzt mal hier gucken, ob da irgendwie noch was übrig ist. Am besten nochmal hochfliegen. So, wie es geht. Ne. Frei, 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 frei. Ja, das ist ja der Totenschrein. Oder geht es vielleicht auf der anderen Seite weiter? Das wäre ja jetzt richtig lustig und peinlich. Ne. Wir sind hier fertig. Oh, da geht es um die Aufgabe, dass wir irgendwie diesen Goblin-Stand irgendwie erledigen müssen. Da müssen wir mal rausfliegen. Was ist das hier? Hallo? Gar nichts. Ich muss zu Fuß weiter. Vielleicht hier unten irgendwie noch was? Ne. Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Aber hier kannst du es. Mach es. So, haben wir hier vielleicht noch mal was drin? Auch nicht. Na, komm, spring, spring doch mal. Dankeschön. Vielleicht haben wir da hinten irgendwas. Äh, ba, ba. Ja, komm. Ach, Falschhalten kriegt man ja nicht. Er ist halt ein Superheld, aber da ist ein Ei. Hm. Ich bin etwas überfragt. Und wieder klingelt mein Telefon. Können wir das jetzt einfach mal... Können wir das mal missachten? Komm, das missachten wir mal jetzt mal. Ihr hört jetzt gerade ein Telefon im Hintergrund. Es ist mir egal. Das Spiel ist wichtiger. Ich muss zu Fuß weiter. Und zwar gehen wir jetzt einfach nochmal wieder zurück. Und ich glaube, das war am Anfang gewesen, warum es darum ging, ähm, wegen diesem Gottenstand das zu zerstören. Das war gerade unruh. Wo bin ich denn jetzt? Ach, nee. Jetzt bin ich in der ganzen anderen Gegend. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Kennen wir das nicht schon? Das haben wir doch schon alles tot gemacht. Sag bloß, dass ich wieder da. Durch irgendeinen Bug. Nein, oder ist das neu? Das muss neu sein. Das ist neu. Oh mein Gott, das ist übelst neu. Und hier geht es wieder ordentlich, Expert. Leute, wir müssen uns irgendwo einen Punkt finden, wo wir gleich landen können. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. So. Ach, du Scheiße. Aber es läuft gut. Wunderbar. Wir haben einen neuen Punkt gefunden. Und zwar bedeutet das jetzt, wir speichern hier. Ne, warte. Wir speichern, wenn wir oben mit voller Energie sind. Kommt hier noch irgendwas? Ach, du Scheiße. Vielleicht mal einfach ein bisschen rumgucken. Als normaler Krieger. Ohne Drache. Weil die Drachen müssen wir, wie gesagt, die ganzen Dinger hier, die ganzen Drachen hier zerstören. Und alles, was hier rumsteht, müssen wir zerstören. Ist ja vielleicht noch irgendjemand. Ja, wir haben mal Drohnen. Komm. Irgendwas besonderes auf dem Deal. Wir brauchen... Wir haben oder was? Wir haben hier noch mal raus. Ach, den nehmen wir auf jeden Fall. Oh, mom. Das war's für heute.